guten morgen meine leute hier ist der gusua wieder es wird wieder übel fragen beantwortet ich gucke gerade mal ich sehe gerade hier sind schon 5 6 ach was waren die alle auf der einen seite gespawnt ok also die sind schon mal richtig schön dicht beieinander jetzt hätte man natürlich gedacht dass man noch noch mehr halloween kessel hier am start hat aber wie gesagt jetzt sind auch hier ich habe ein foto gepostet auf meiner facebook seite www facebook.com slash gusua so und zwar hat der kodi die 8 geknackt und ich hatte der ich komme da gleich noch mal dazu hatte einer geschrieben es sind auch schon neun mittlerweile bei einem und da würde ich auch gleich noch mal reingucken und ansonsten werden jetzt noch mal fragen beantwortet so jetzt hat mein schuh wieder gequietscht weil ich jetzt die schuhe noch anhabe weil ich danach gleich wieder auf arbeit darf ach so nebenbei coole frise ich weiß es musste wieder mal sein ihr kennt denke ich mal noch die letzten videos von mir da war das nicht so toll mehr das fand ich dann auch nicht mehr so sehr super schön parkett wohnwelt hat mir zurückgeschrieben also ja auf youtube weil ich habe dem mit meinem account was geschrieben ja genau hier urheberrechtsanspruch das video müsste heute also heute haben wir ja wieder donnerstag donnerstag müsst ihr das gesehen haben mit mom von abonnent ruft mich an beziehungsweise schreibt mir angerufen hat sie mich nicht so kannst du mich mal besuchen ne wir seit momentan besuche sind momentan nicht drin chili clash of clans schreibt mega nice video hat richtig spaß gemacht es anzusehen weiter so freue mich schon auf das neue ja mit den queenwalk tips auf level 6 ja genau warum auch nicht dafür ist es da ganz klare geschichte auch nicht ich muss euch noch einmal einen angriff auf jeden fall zeigen der war ziemlich nice ich habe seit gestern abend meinen achten kessel ist das normal schreibt mc craftex nee craft expert das ist schon ziemlich geil dass ich meine den achten kessel ist schon wirklich mega nice und der loot ist mega nice jetzt müssen wir natürlich gucken wie wir da irgendwie ein bisschen bisschen reinkommen alles geht natürlich definitiv nicht hier sehen wir auch hier hat er noch was hier die brauchen wir gar nicht anfassen so das heißt wir müssen irgendwie reinkommen das machen wir in dem fall hier dass die halt nicht draußen rum rennen aber ja das machen wir mal hier ganz chillig ich würde mal sagen ich droppe hier mal ein spell dann droppe ich mal mein king und dann droppe ich mal meine cb was haben wir überhaupt in der cb drinnen magier 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 so ok wow alter der king ist ja richtig schnell down gegangen damit hätte ich jetzt so übel nicht gerechnet aber gut ok lasst uns rein rennen hier schnell 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 zack genau läuft dann kann ich nämlich hier wenn ich wieder droppe alles schön ausmerzen ja das ist doch ganz nett ich glaube schon 200 200 lx schon mal das ist schon mal ganz nice na kommt kriegen wir es noch hin wenn wir es hinkriegen würden wäre ziemlich geil na komm ne leider nicht ja ok die letzten waren dann halt umsonst aber vom lx her ging das schon das war ganz in ordnung weil es hat mich halt null gekostet ich meine die paar barbaren das war ganz ok und wie gesagt man muss halt gucken dass man nicht dass man nicht draußen rum rennt so der wuwu schreibt noch ich muss das mit meiner 27er queen wenn die ready ist auch mal ausprobieren also wie gesagt mit einer queen oberhalb der level 25 ist das einfach nur zucker das ist einfach mega nice und das sollte jeder auf jeden fall mindestens einmal in seinem leben ausprobiert haben auf jeden fall so ja mohammed öryg hat geschrieben hast du eine freundin ja das hatte ich aber schon beantwortet ich habe sogar eine frau die ist schon mit mir bald zehn jahre verheiratet so rathaus neuner versus rathaus achter ist unfair ja aber ich meine wir waren ja auch mal rathaus acht oder ganz ehrlich und da hat uns auch ein rathaus neuner angegriffen genau er hat eine frau ganz genau der king wird so langsam genau genau dann schrieb jemand ja der king wird so langsam geheilt weil er so viel leben hat das ist vollkommen richtig das heißt die heiler kommen so schnell nicht hinterher weil er halt wirklich viel mehr an ja health points hat das das ist vollkommen richtig das hat der bobstein tv vollkommen richtig gesagt und deswegen geht er natürlich auch weniger schneller dauern das ist natürlich auch eine klare sache aber stimmt schon da kommen die heiler nicht so schnell hinterher nice entertaining pur lang und macht spaß anzusehen like auf jeden fall ne auf jeden freue mich schon auf morgen beim nächsten video schreibt der mr thunfisch backe vielen dank dafür ja wie gesagt venom quit hat geschrieben nice dass sich der king walk interessiert hat also dass ich sozusagen interesse daran hatte dass er geschrieben hat hey hier wie sieht's denn aus mit dem king walk ja warum nicht ganz ehrliche sache wie gesagt da ist es halt so eine sache mit dem king walk kriegen wir auf jeden fall auf dem erste count hin das ist nicht das thema ja hier die beere hat halt gefragt wann hast du denn die videos aufgenommen hatte montag morgens gegen sieben noch ne gegen sieben noch einen netten angriff gepostet achso und da war es dann schon längst zu spät ja klar die sind natürlich dann noch gar nicht drin gewesen weil die videos ja wie gesagt ja vorproduziert werden harris yildiz schreibt also bei beim spiel robocraft scheißdreck ernsthaft das spiel ist schon hör bitte auf und geht und geht auf coc ja wie gesagt coc wird natürlich logischerweise die ganze zeit weitergemacht das ist ja immer ganz klar aber wie gesagt robocraft rock natürlich auch finde ich echt cool pixel clash of clans schreibt nice ich feier robocraft würde gerne auch mal eine runde mit zocken kein thema einfach mich adden ich heiß bei robocraft gusua sollte klappen kommt heute stream ja wie gesagt mit dem stream bin ich einfach wirklich ja ihr kennt die meinung dazu habe ich glaube ich gesagt zum beispiel 15k abo special wird natürlich logischerweise in stream dann auch kommen ganz klar aber sonst so grundsätzlich wenn das halt wirklich von denen nur finanziert wird wenn ich deren spiele spiele dann sage ich mir auch gut okay kommt hey hier dass das müssen das muss ich mir nicht geben ganz ehrlich dann nicht weil es ist wohl so ja clash of clans wird oft genug gespielt und wie auch immer und ich spiel ich ich ja ich komme doch nicht an und sage gut okay weil ihr jetzt spiel xy spielen wollt oder bei ihr das sehen wollt weiß noch nicht so viele spielen fange ich mich damit an irgendwie zu prostituieren für euch und sage hier passt auf ich spiel jetzt das spiel nee also wenn dann ist das schon ein spiel was mir selber gefällt und ich da hinter stehe und sage gut okay passt oder eben ihr sagt ey passt auf also jetzt wenn irgendwie ein product placement oder sowas ist dann sage ich halt gut okay komm kriegen wir hin und äh das ist meine meinung zu dem spiel so und so sieht es aus und fertig aber nicht dieses oh naja kommt hier ich will hier jetzt ich ich haue einfach mal raus hier dieses bloons td tower defense ist mega geil gar kein thema reden wir nicht drüber aber ganz ehrlich die aufmachung das ist ein spiel für fünfjährige ist meine meinung da könnten kann jeder anders sehen ich kann da auch gerne anecken irgendwo sehe ich aber so ganz einfache sache fertig ähm und von daher wird sowas nicht gespielt alec bachel wie heißt eigentlich dein quadrocopter mit dem genauen namen das ist ganz normal der phantom von dji oder dji und der ganz normale 1er phantom ganz easy aber ich nutze den echt so selten ich habe echt schon naja was heißt überlegt den zu verkaufen das muss ich sagen das hatte ich eigentlich noch nicht weil ja wenn man denn doch mal hat dann ist es doch schon eine ziemlich geile nummer auf jeden fall aber aber ja ist halt wirklich so dass man sagt man braucht nicht wirklich oft die zeit ist halt wirklich da also wie gesagt ihr werdet euch sagen warum alter wenn ich so ein ding hätte würde ich damit ja nur fliegen Verstehe ich aber wie gesagt die zeit ist halt einfach nicht da leider hier lukas b einwand frei ich liebe sowas hier seht ihr halt gut dass du dieses mal mehr gespielt hast deswegen gibt es ein like von mir ganz genau er hat nämlich zuvor geschrieben ey pass auf du hast zu viel rum gesammelt hat mir nicht gefallen deswegen habe ich ein dislike da gelassen mit der erklärung ich kann es besser machen klar wie gesagt das ist halt nicht so eine sache wie wir spielen jetzt immer wunschkonzert was ich schreibe das macht der gusor so ist es natürlich auch nicht aber wenn ich von euch einfach mal so einen berechtigten hinweis bekomme ey pass auf gefällt mir nicht so klar kann ich natürlich denn dann wiederum sagen naja gut okay ist mir egal beziehungsweise ist mir nicht egal aber ich mache trotzdem anders klar weil es natürlich mein life logisch aber wenn ich das sehe ey ja hast recht einfach mal durchdacht nochmal passt auf jeden fall dann hat der pascal coc tafel wasser level 88 okay hat gefragt ob sich lohnt mit lakaien zu farmen naja wie wie soll man das sagen wie soll man das sagen man nein nein ist meine persönliche meinung weil wenn ich einfach meine luckys habe das heißt ich könnte ja wenn ich und die luckys mache sage ich jetzt einfach mal hardcore mäßig ja sage ich ich habe Level 6 lakaien sage ich jetzt mal baukosten 11 dann 110 ne ist blödsinn sondern 120 sogar wenn man ja ratos 10 240 machen könnte dann habe ich einfach mal 1300 dunkles Irgendwie so Ja also verballert lohnt sich nicht ist meine meinung außerdem die die das problem halt Klar wenn man das eine weile macht und durchzieht und das dann auch gut kann und die wirklich nicht wer weiß wie spammt dann kann man auch gucken dass man die luftbomben eben nur immer einzeln Aktiviert und dann da nicht die ganze traube drauf geht aber ansonsten lohnt sich das meiner meinung nach nicht Weil wie gesagt 1.3 einfach mal am dunklen weg naja auf was spielen wir gta 5 auf dem rechner ganz klare geschichte lukas libero Noch eine frage gestellt Schreiben wir jetzt einfach mal so drauf So Jetzt denkt ihr euch auch Hä wie wie so Wieso Martin Lehmann Minus ebay verkauf ja das ist eine andere sache aber Also klar minus ebay verkauf ich habe das Ich weiß gar nicht wie lange das her ist ich habe früher eben extrem viel mit ebay gemacht Also sprich wirklich bin in an und verkauf rein also empfehle ich euch wenn ihr halt noch little money habt Und ja jetzt kommen hier die swagger tipps von gusua Also wenn ihr euer taschengeld auf bessern wollt ich habe das so gemacht Ich bin in an und verkauf gegangen Hab gesagt yo wie sieht's aus ja es hört sich komisch an aber ich habe mit Gameboy spielen geld verdient also ich weiß nicht ob ich das schon mal gesagt erwähnt habe früher Äh ging darum ich bin in an und verkauf gegangen habe halt geguckt welche gameboy spiele auf ebay relativ viel kohle bringen Und habe die Im an und verkauf halt günstig gekauft und dann Teurer verkauft halt klar die waren also wie gesagt war halt meistens hier sowieso pokémon Da war also ich glaube die kristall edition war richtig richtig nice wohl ich habe ganz ehrlich ich bin da das war nicht mein alter muss ich ganz ehrlich sagen ich war Genau ein nicht lehrjahr sondern ein ja ein klassen eine klassenstufe Da drüber die da drunter die fanden pokémon schon fame Und für uns war das einfach nur Das war nichts aber wie gesagt muss ich auch ehrlich sagen wäre jetzt auch irgendwo komisch wenn ich jetzt als 29 jähriger Ankommen und sage jeher alter ich habe voll auf pokémon gestanden Ne das ging einfach an uns vorbei wir waren da einfach schon zu alt dafür sorry Ähm Und ja da hatte ich Guck und habe gesehen oh pokémon kristall das ging dann immer so für wartet mal lasst mich mal überlegen Ich habe das gekauft für 6 7 euro also jetzt nicht die masse Hab das verkauft so ja wenn wenn es gut war wenn es wirklich gut lief für bis zu 20 euro Also jetzt pokémon kristall zum beispiel ansonsten die anderen so so für 15 euro also klar schmales geld gemacht Aber äh ging und der vorteil war halt man hatte nicht wer weiß wie viel ein zu Einzusetzen an an ja geld und hat da eben relativ gutes geld dafür bekommen Und ja da damit habe ich dann meine Kohle so ein bisschen aufgebessert und dann ging es da Ja ich erzähle mal ein bisschen weiter Dann ging es halt ein bisschen mehr Dann kam playstation 2 Die war dann ja wie soll ich sagen da war glaube ich die Da gab es ja dann noch die Slim genau dann gab es noch die slim die war aber noch nicht draußen So jetzt ah das kommt dass das googlen wir jetzt ja das sind sie Hier guckt euch das an guckt euch das an hier also diese color editions gab es dann Und zwar war das so ich in dem an und verkauf drinnen gewesen Und sehe da gibt es andere also die die silberne die kennt ja glaube ich jeder noch Wenn es nicht vor eurer zeit war die silberne war ja relativ bekannt sage ich mal Und die ging auch bei ebay richtig richtig gut So und die habe ich dann auch vertickert und das war richtig nice und das hat richtig gut geld gebracht So und dann waren aber wie gesagt diese anderen color editions richtig ich gucke mal das hat das hat ein bisschen größere War halt wirklich durchweg die war nicht angemalt oder sowas sondern die war halt wirklich so produziert Und die standen da für für richtig viel geld Und habe ich aber geguckt dann haben die bei ebay gar nicht so viel geld gebracht und deswegen haben wir das gelassen Also ich hatte das mit einem kumpel aufgezogen haben wir mal ein bisschen was bei ebay vertickert So ja und das war dann halt so und dann eben auch hier wir sehen es zum beispiel dann dann kam die zeit Xbox mod dann gab es man konnte die die erste xbox konnte man ich hoffe ich quatsch davon jetzt nicht zu viel Aber ich denke mal das wollte auch wissen Die erste xbox die konnte man modden da konnte man chip einbauen und dann konnte man die Die da konnte man halt eben auch gebrannte spiele spielen und so weiter und so fort und das ging aber auch über ein soft mod Dann konnte man zwar nicht mehr das xbox live verwenden aber man konnte halt trotzdem gebrannte spiele spielen Und das hat ein kumpel damit hat er sich ein bisschen beschäftigt dachte sich oh cool Dann das google ich auch mal kurz so also hier sowas zum beispiel der das war jetzt nur mit einer folierung aber hier all das xbox Logo dann so anders obwohl war das nicht sogar standard aber da konnte man dann auch leds reinbauen und er hatte von unten dennoch leds Dass die dann von unten geleuchtet hat das war mega fett und das war übel angesagt so und dann kam aber die ersten probleme der hat ja das ding vertickert Und dann irgendwann schrieb ihm der homie ja läuft super läuft super läuft super und Irgendwann schrieb er ihm dann aber nochmal und sagte du geht nicht mehr ist aus und will nicht mehr Und er dann auch so naja gut okay dann dann schickt zurück bei so einer arsch war er halt auch nicht schickt zurück und guck dir das mal an so und der hat aber Die kabel um die leds miteinander zu verbinden hat der normales netzwerk kabel verwendet das ist natürlich viel zu dünne litze Und das hat angefangen zu schmoren und er dachte sich dann auch alter die hütte hätte von ihm abbrennen können Theoretisch sagen wir es jetzt mal so und er sagte er sich dann auch gut okay kommt das Das wollen wir nicht nochmal riskieren und hat dann davon abstand genommen und dann war es das Damit so jetzt habe ich jetzt wisst ihr warum ich den ebay Name oder den die e mail adresse so hatte Pixel clash of clans schreibt ich finde Kobolde werden unterschätzt mit der richtigen strategie kann man echt gut mit denen fahren auf jeden fall wenn man halt wirklich im bereich Ist wo man halt echt mega 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 viel glück hat dass der halt echt schön inaktiv ist hast du bei kobis einfach Richtig richtig geile chancen zumal wenn es dann wirklich verschachtelt ist und du mit noch ein paar Mauerbrechern arbeiten kannst und das wirklich gut drauf hast dann geht da echt eine menge ab auf jeden fall Elias hölzl schreibt der war auf meinem niveau arrogantes stück Das siehst aber nur du so also ich weiß was ich kann Und queenwalken mäßig läuft das schon ganz gut das passt schon Aber wie gesagt vollkommen in ordnung Elias wenn dir die videos nicht gefallen vollkommen okay passt alles gut Niemand ist verpflichtet dazu meine videos gucken gar kein thema ich will nicht dass einer augenkrebs bekommt oder sowas und sagt Oh nee jetzt habe ich irgendwie bauchschmerzen weil ich mir hier die gute videos angeschaut habe Nee das muss natürlich nicht sein ganz klare kiste Also ihr dürft es gerne anschauen wenn ihr das nicht möchtet dürft ihr die natürlich auch gerne Nicht anschauen ganz klare sache hat das jetzt überhaupt was gebracht oder nicht Okay in bezug auf die kurbis ging es immerhin jetzt mache ich mich halt wieder so ein bisschen bereit für die dragons So weiter geht's postbote der telekom Nee aber keystar 96 mit deinen kommentaren bist du kurz vorm bann Nur mal so nebenbei weil die werden mittlerweile immer immer schlechter Ganz ehrlich das muss ich mir ab einer gewissen zeit halt dann auch nicht mehr geben Und dann heißt es schnell mal oh zack gebannt und fertig Äh bobstein tv schreibt wie viele heiler braucht man mindestens für ein queenwalk für ein queenwalk mindestens Muss man halt wirklich sagen wenn wenn die halt wirklich Das dark elixir richtig schön drin ist und wirklich gut bewacht ist muss ich wirklich sagen also Minimum meiner meinung nach fünf Aber was meiner meinung nach wirklich gut ist ist wenn du neun stück dabei hast Neun sind dann so immer noch Zack dass das läuft also ich habe auch schon mal 15 verballert oder Ich will jetzt nichts falsches sagen aber ich glaube schon Aber wie gesagt so mindestens mindestens Fünf auf jeden fall So hier ja hier Jetzt hat nämlich der jan das hinbekommen Hat gesagt ey komm hier dann guck doch mal bitte in den und den clan Weil der wollte mir die ganze zeit ein screenshot schicken hat das aber mit dem uploaden nicht hinbekommen Und deswegen dachte mir gut okay dann sag mir doch einfach Wo ich dich finde beziehungsweise denjenigen und dann Äh sollten wir das doch auf der reihe kriegen Dimo Dimo hat gut gespendet Und wir gucken uns jetzt Dimo an Eins zwei Drei vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun So Zehn Bitches So sieht's aus Hier nochmal der Beweis Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Kessel Und bitte Wie gesagt dieses Thema ist ja immer dasselbe Ja Hier Du Also nicht auf mich bezogen aber wenn irgendein anderer Ähm das schreibt Oh hier du hast doch gelogen und so weiter und so fort Hey ähm das ist Sorry Das ist einfach der Beweis es sind auch einfach mal zehn Kessel möglich Ohne Probleme Also vielen dank an jan dass er so lange damit dran geblieben ist das läuft auf jeden fall Vielen vielen dank dafür nochmal also zehn Kessel sind machbar endlich wieder agario ja ja auf jeden fall Also agario war wieder so mega geil das äh das war echt richtig cool so und da sind wir schon durch mit meinen ganzen äh kommentaren und wie auch immer so da sind wir da sind wir und wir haben alles eigentlich vorbereitet ich Hier schauen wir mal nochmal kurz hier haben wir drei vier fünf sechs sieben also sieben Kessel habe ich mittlerweile auch Das ist eine coole sache das ist einfach eine schöne sache dass man das einfach miteinander vergleichen kann finde ich geil kann man sich einfach ein bisschen messen Ah der war der war sweet der war richtig sweet der war geil hier zieht ihn euch rein bitte Ihr seht auch wieder townhall 10 infernus am start und ich dachte mir auch gut okay ich habe ein golem dann dachte mir auch Oh komm und ich wusste kleinen moment Ich wusste von vornherein wenn ich die heiler droppe gehen die definitiv auf den golem weil die queen ist noch nicht Verwundet deswegen werden die definitiv auf den golem gehen so und jetzt gucken wir uns den rest an Richtig nice und das ist auch alles an einer stelle passiert somit kann ich das euch richtig schön hier Vorführen Golem tankt natürlich mega gut klar logisch kein thema Mauerbrecher waren auch vollkommen in ordnung und jetzt kam hier der inferno schon ins spiel und ich wusste dann okay ja jetzt fängt so langsam an so hier golem tankt das natürlich Relativ Easy weg so jetzt dachte mir auch com rage und es muss natürlich definitiv das dunkle fallen das war ganz klar das war ganz klar Queen hat natürlich hier gleich wieder geregelt und Im multi bereich zieht der auch der queen nicht gleich die hose aus ganz klare geschichte Da machte das noch chillig so ich habe ja noch die ability der queen und jetzt seht ihr das Wieder geregelt ich hatte noch einen heiler der sich um die queen kümmert und das hat aber dann am ende nicht mehr gereicht Wusste ich dann war schade blöd aber nicht weiter wild so hier haben wir halt einfach noch mega die action Klar kann gerade konnte gerade nicht gehealt werden aber das paar jetzt sieht es so aus als hätte hätten die heiler den drache geheilt ist natürlich nicht der fall So oh, yeah Drache hat hier noch richtig gut rumgerazert King auch noch komplett am leben alles gut heiler sind noch komplett dabei aber Aber ich hatte schon gut 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 genommen wie gesagt die 2,8 k dunkles waren weg alles easy Und da seht ihr eben halt auch king noch im ragebaren bereich jetzt kann natürlich nicht gehealt werden logisch und das war es dann schon weil der Golem alleine konnte natürlich dann auch nichts mehr reißen Aber das fand ich ziemlich nice Da habe ich ganz gut 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 gemacht Und ja wie gesagt warum soll ich den nicht angreifen Passt auf jeden fall noch mal ein Der hier war auch nicht schlecht Ach kommt leute wird heute ein etwas längeres video ich glaube das könnt ihr mir verzeihen Der war auch ziemlich geil hier Warum warum er hätte mir das wirklich so schwer machen können wenn er einen davon einfach mal gedreht hätte wäre schon mal was ganz anderes gewesen Dann hier eventuell hingesetzt den sammler davor und schon ist das eine ganz andere nummer Hätte ich von hier aus nicht angreifen können beziehungsweise hätte ich es nicht gemacht Dann hätte ich erst das townhall weggenommen So hier ganz chillig Mauerbrecher gehen mal rein und klären da mal ein bisschen was Queen sieht natürlich alt aus gegen meine Queen ganz klare geschichte so Ich habe noch genug Mauerbrecher wollte aber auch noch nicht spammen weil ich mir gedacht habe gut okay nicht dass die hier gegen den magiaturm gegen gehen Habe ich auch nichts von dann musste jetzt genau ganz klare sache ihr habt gesagt gerade gesehen Die Queen hat ganz schön gelitten deswegen kommen hier schnell noch mal heiler rein und auch kurz geraged passt schon So jetzt habe ich auch schon ihr habt es gesehen wie viel waren das jetzt sind das glaube ich schon acht oder und jetzt habe ich einfach noch mal Alle heiler rauf und geraged war auch wieder eine knappe kiste aber hat geklappt Wie gesagt mit dieser knappen kiste geht das bei mir noch king nebenbei jetzt mal außenrum vollkommen egal Der ist total uninteressant Und jetzt kommt der interessante part hier wollen wir das dunkle haben und fertig Aber wenn ihr jetzt zum beispiel seht bei mir war es nur noch so knapp was weiß ich mit all mit der lebensanzeige Das ist bei bei einer 23er queen noch relativ viel Wenn ihr das mit einer 6er oder 7er queen macht ist das natürlich dann noch viel 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 schwerer ganz klare geschichte der kann dann natürlich viel schneller down gehen hier noch den borer weggeballert den habe ich leider nicht bekommen dann hätte ich die 3k voll gehabt aber gut okay 2,8 ist für einen angriff auch nicht unbedingt schlecht passt auf jeden fall hier genau ich wollte unbedingt die clan burg noch haben weil da habe ich halt gesehen die hatte Noch ein bisschen loot für mich versteckt so weiter geht's ich wollte eigentlich einen angriff machen eigentlich Der war gar nichts der war Richtig in den sack getreten Und der hier war jetzt nicht der knüller das hier war okay okay hier war ganz nice Hier war auch ganz nett ja ja doch doch das läuft schon ganz ganz gut so Jetzt machen wir an angriff und wie gesagt jetzt gucken wir mal das war da Die queen ein bisschen raushalten oder irgendwie Können wir sowas machen Aber da kriegen wir auch nur zwei teile davon aber wir würden auch noch das bekommen Das ist halt jetzt so eine tricky kiste Wollen wir das uns mal geben Ach kommt leute das geben wir uns weil ich muss nicht draußen wer weiß wie clear Ich Drop den king Und drop hier mal die die heiler richtig schön dass die auch wirklich von anfang an schön heilen Ah das könnte eng werden Ja das war nicht nur könnte nicht nur eng werden das wurde auch eng Mauerbrecher hat es leider nicht So und jetzt gucken wir mal hier was war hier noch nebenbei So ein bisschen Wegnehmen können ich ich nehme ich ich mache immer der offizielle king walk ist natürlich auf der linken seite am start Und nebenbei mache ich ihnen aus einem kleinen queen walk Äh Nebenher hier Gucken wir mal king Muss geraged werden Die queen noch nicht So jetzt gucken wir ja genau der geht jetzt auch schön auf die luft Abwehr Ah ist aber eine richtig Eine richtig richtig Äh Hier jetzt halt mit dem rage also ihr seht's Äh ja jetzt habe ich leider die queen vergessen gut ist halt so Ähm aber wie gesagt deswegen macht man's halt Ich dropp die hier mal noch nebenbei Und Äh wie gesagt deswegen macht man's halt dass das dass ihr seht oh ja geht oder geht nicht Klar ich hätte mich jetzt mehr noch mit der Mit der queen beschäftigen äh mit dem mit dem king beschäftigen müssen Ich probiere aber gerade Ah jetzt habe ich sogar noch einen golem am start okay der hätte nun nicht sein müssen Aber ansonsten seht ihr halt der 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 king macht auch schon was so ist das nicht also wenn man jetzt sagt Oh hier der kann ja gar nichts so ist es nicht Wollen wir den noch ach kommt leute hier den rage war nochmal Ob wir da jetzt doch durch die mauer sollten wir noch gut durchkommen Und dann kriegen wir Leider zwar nicht das dunkle aber gut okay das ist nicht weiter wild hier können wir noch mal schön abräumen Und ihr seht halt wirklich die heiler können den hoch hielen Besonders im rage ist das ohne probleme machbar Ach kommt leute hier wir haben hier nur noch fläche Nicht den einzel schaden Ja jetzt geht da an die luftabwehr Ja lol läuft bei dir auf jeden fall Ja klar jetzt ist einzelschaden durch die teslas dann ist der gleich down klar Aber so seht ihr mal im king walk aber wie gesagt das lohnt sich halt wirklich nur mit einem relativ Relativ großen king Ansonsten ist das quatsch hier hier geht noch eventuell Der golem Macht da noch den Magierturm gerade so platt und danach ist der auch Gefallen Wie gesagt mit dem queen walk klar hätte ich das dunkel locker bekommen aber hey Wie gesagt es geht darum euch einfach zu entertainen Und dass ihr einfach auch mal sachen seht die ihr sonst eventuell nicht machen würdet Zum beispiel Und dafür ist es einfach da so sehe ich das Das war's von mir ich hoffe ihr hattet spaß mit dem mega langen video das war's Ciao ciao